Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag, April Windows wieder am Start und zwar mit der nächsten kleinen Testreihe und zwar 5 verschiedene True Wireless Kopfhörer. Ich habe sie alle schon mal probiert, so wie sie hier vor uns liegen. Von links nach rechts geht es von günstig bis ganz, naja, nicht ganz teuer, aber schon teurer. Fangen wir mal an. Für die Spitzenmodelle von 19,99 Euro, ich bin fast selbst vom Glauben abgefallen, als ich das Ganze eben gerade nochmal nachgegoogelt habe, kann man sich tatsächlich den True Wireless Bereich schon ab 19,99 Euro sichern von Onopa, so heißen die Dinger. Die habe ich schon vor einer ganzen Weile mal vorgestellt, wir gehen das jetzt mal chronologisch des Preises nach und nicht der Uhrzeit, genauso muss das sein. Das sind also die von Onopa, was können die? Das sind True Wireless Kopfhörer, die haben an der Rückseite einen Micro-USB-Anschluss und natürlich vier Lade-LEDs, was ziemlich gut ist hieran, das wird bei True Wireless Kopfhörern öfters mal bemängelt, dass die sich selbstständig gerne mal entladen wollen. Tja, bei mir ist es jetzt so, ich habe die jetzt schon seit letztes Jahr und habe die jetzt so wie sie sind, bestimmt schon seit zwei oder drei Wochen nicht benutzt. Das Ding daran ist, dass die Box sich aber auch nicht entlädt. Das ist der erste große Vorteil, muss ich schlechthin mal sagen. Ansonsten gibt es einen großen Vorteil. Wir haben bei True Wireless Kopfhörern ja kein Kabel mehr. Hier ist es aber der Vorteil, dass ich beide Kopfhörer unabhängig voneinander entweder mit zwei Smartphones koppeln kann. Natürlich kann ich die im Stereo-Modus nehmen oder ich nehme ein, zum Beispiel die rechte Seite und benutze das Ding, um damit zu telefonieren. Wenn der leer ist, lege ich ihn in die Ladebox und kann mit der linken Seite weiter telefonieren bzw. Musik hören, weil wir hier separat die Möglichkeit haben, uns mit Smartphones oder Tablets zu verbinden. Das heißt, wir sind nicht aneinander gebunden, dass die beiden Geräte nur miteinander funktionieren. Nein, es geht ganz einfach so, dass wir tatsächlich sagen, bup, weg damit, bup, weg damit. Wir können das Ganze auch so lösen. Finde ich eine ziemlich gute Sache. Tja, ansonsten Akkulaufzeit mäßig bewegen die sich. Ich habe die jetzt, ich glaube, seit September. Wir müssten gleich mal nachgucken. Ich habe alles nochmal nachgegoogelt, damit ich auch die aktuellen Preise weiß. Ach, nicht September, es war November. Okay. Am 1. November habe ich die erstanden und sie funktionieren noch ganz gut. Haben Bluetooth 5.0, wie wir nochmal sehen können. So sehen sie dann echt aus. Das haben wir gerade gesehen. Separat voneinander koppelbar. Ansonsten, wir können sie bis zu viermal aufladen in dem Case. Ja gut, ob das 32 Stunden sind, ich gehe mal so von 20 Stunden relativ aus. Vielleicht sind es auch nur 15. Na gut, sagen wir zwischen 18 und 20 Stunden Spielzeit ist schon vollkommen in Ordnung. Kommt man hin. Ich schaffe das nie am Stück, mit den Dingern 20 Stunden jetzt durchzuhören. So viel Zeit habe ich gar nicht, um Musik zu hören. Aber gut. Auf jeden Fall, vier Stunden soll die Batterie damit laufen. Also ich habe es ausprobiert. Tatsächlich bin ich auf ungefähr knappe drei Stunden damit gekommen. Kommt auf die Lautstärke drauf an. Kommt auf die Musikrichtung drauf an. Ist viel Bass dabei. Ist es ein Hörbuch oder oder oder. So einfach ist das. Dann kommt man auf bis zu 32 Stunden. Der Witz daran ist, ich habe die tatsächlich, ich glaube für 29,99 erstanden. Dann sind die hochgegangen auf 39,99. Jetzt kosten sie nur noch 19,99 Euro. Ist also wirklich ein Schnapper. Das Schöne daran ist, die gehen jetzt schon in den Pairing-Modus. Das heißt, die werden hier nicht mit Lagneten gehalten. Das ist doof. Das heißt, die fallen dann raus, wenn wir sie jetzt schütteln. Aber deswegen sollte die Klappe auch geschlossen bleiben. Und die Klappe geht auch nicht so schnell auf. Cool ist es, man sieht an der oberen Seite die LEDs. Wenn die geladen werden, dann leuchtet es, naja, mal sehen, ob wir es jetzt sehen. Wir sehen es ein bisschen da, leuchtet es jetzt blau durch und hier jetzt rot. Das heißt, der ist voll und der wird noch geladen. Wenn ich den jetzt über mein S10 Plus auslese, sagt mir ja die Android Pie, die Android Pie App, hätte ich fast gesagt, nee, die Software, dass ich immer noch 90 Prozent Kapazität habe des Akkus. Das heißt nicht 100 Prozent, es ist immer 90 Prozent. Entweder werden die nicht richtig voll geladen. Schwierig zu sagen an der Stelle. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, kann man hier für 1999 Einstiegspreis wirklich nichts falsch machen. Dann als nächstes hatte ich mir mal die Air Esterville gekauft. Die Air Esterville gibt es derzeit gar nicht mehr. Ist also eigentlich relativ unsinnig und unwichtig. Ich zeige es mal ganz kurz. Die waren damals bei 45 Euro, 44,99 Euro oder so in dem Dreh. Sind an sich genauso True Wireless Kopfhörer. Das Schöne hieran ist, hat mir das Case immer sehr gut gefallen, weil das ist hier nämlich, doch das ist Aluminium, würde ich jetzt mal fast schätzen. Ich glaube es ist Aluminium oder es ist einfach nur sehr gut getarntes Plastik. Aber es fühlt sich einfach hochfertiger an. Man sieht es hier wie gebürstetes Aluminium. Vorne sind die beiden Kopfhörer direkt drinnen. Auch hier sehen wir wieder, die sind mit Magneten dieses Mal gehalten. Das ist jetzt ja hier nicht der Fall gewesen, aber sie sind ja jetzt inzwischen auch doppelt zu teuer, wobei die ja damals auch 30, jetzt dann 40 und jetzt 20 gekostet haben. Die gibt es nicht mehr derzeit. Das heißt, sie sind ausverkauft. Aber hier fand ich das ganz cool. Auch hier Micro-USB zum Laden werden benutzt. Dementsprechend kann man die auch einzeln voneinander nehmen. Das heißt, ich kann den rechten benutzen, ich kann den linken benutzen. Das ist alles ziemlich gut und durchdacht gewesen. Und die hatten damals nur 4,5 Gramm pro Seite. Was nochmal interessant ist, IPX5 hatten sie an sich auch generell schon so. Allerdings ist es bei den beiden Versionen jetzt hier so. Gucken wir mal ganz kurz rein. Das sind die einzigen, die keine... Nein, was heißt nicht die einzigen? Die Sony WF-1000X haben auch keine Touch-Buttons. Aber wir sagen es erstmal so, wir müssen hören. Hier und hier. Das heißt, hier knackt das genauso. Genau, Power on. Und hier. Ist nicht so geil. Das heißt, wenn man jetzt hier Titel skippen will oder laut oder leise machen möchte, dann knackt das. Und das geht aufs Trommelfeld und das tut dann irgendwann einfach nur weh. Schön ist hieran, wie gesagt, das Ladecase magnetisch gehalten. Wir haben hier die 4 LEDs, genau wie hier drüben auch. Und sehen dann, wie voll der Akkustand noch ist. Wir sehen, dass die Dinger aufgeladen werden. Das ist ja hier genauso. Jetzt wird links geladen und rechts nicht mehr. Das kommt dann immer ganz drauf an. Cool fand ich es, dass man das dann zuklappen kann. Es ist relativ klein. Natürlich immer noch größer als die anderen. Aber das hat hier noch so einen LED-Streifen. Der auch symbolisiert, werden die Akkus noch geladen oder gerade nicht mehr. Micro-USB, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, ist bei beiden der Fall. Hier ist es halt sehr praktisch. Von der Tonqualität her nehmen die sich beide nicht viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Tiefbass ist vollkommen in Ordnung. Wobei ich fast sagen würde, dass der Tiefbass bei denen hier, obwohl die noch günstiger sind, noch krasser ist. Aber die sind natürlich auch kloppermäßig groß. Also wenn wir das Ganze jetzt mal hier dagegen halten, ja, es ist schon ein Unterschied. Das heißt, wenn die hier im Ohr sitzen, sitzen die so. Die sind hier so ein bisschen angeschrägt. Das ist ziemlich doof gemacht. Aber darum sind die wahrscheinlich auch so günstig, weil die Technik einfach nur so krass groß ist. Wenn ich jetzt die hier daneben halte, die sind einfach mal, naja, fast um die Hälfte kleiner. Die verschwinden als Hörgerät, sage ich mal, wupp, im Ohr. Die werden auch so reingedreht. Und die werden dann auch, das ist jetzt auch der rechte, wupp, so reingedreht. Hier oben ist dann so ein kleiner Haken. Der hält das gut im Ohr fest, muss ich wirklich sagen. Sehr gut sogar. Wobei die natürlich noch besser sitzen. Das muss man ganz einfach gestehen. Klangtechnisch nehmen sie sich beide an sich kaum was. Dann kommt das nächste kleine. Die Best-Diobox ist nochmal einen ganzen Tacken größer als die jetzt hier. Wenn wir das so sehen, hat aber einen wesentlichen Vorteil. Soll bis zu 120 Stunden Akkulaufzeit bieten. Und zwar nicht mit einer Ladung. Wir sehen direkt, bis zu 40 Mal sollen wir die aufladen können, damit sie bis zu 120 Stunden Spielzeit sich erfreuen können. 15 Minuten Ladezeit ergibt eine Stunde Musikgenuss. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, weil wenn leer, dann leer. Oder halb leer. Oder wenn ich es nicht mehr brauche, werden sie geladen und gut ist. Die haben einen sehr großen Vorteil. Und zwar haben die, wie man sehen kann, einen 3350 mAh großen Akku. Das sind 12,395 Wattstunden. Wird per Micro-USB aufgeladen. Heißt, dauert 3,5-4 Stunden. Aber kann als Powerbank benutzt werden. Nur nur als Notstrom. Ich weiß, weil wie gesagt, mein Galaxy S10 schaffe ich keine 70% reinzuladen. Ist aber auch egal. Dementsprechend kann ich das als Powerbank benutzen. Oder halt unendlich lange mit diesem riesen Case aufgrund dieser riesengroßen Batterie. Hier ganz einfach sagen, okay, ich lasse das so wie es ist. Und bin damit glücklich und kann auf jeden Fall alles durchboxen. Gucken wir mal ganz kurz rein. Kleiner Nachteil hier rüber ist wieder. Die liegen preisig. Moment, muss ich mal gucken. Gibt es ja auch derzeit. Ich hatte sie jetzt am 25. Februar mir geholt. 49,99. Jetzt ist gerade ein Rabattgutschein drin mit 8%. Der Witz daran ist gerade, dass ich jetzt heute oder gestern einen Kommentar gekriegt habe. Sprich am 23.03. Da steht da nochmal drin 25%. Kann man anscheinend nochmal mit eingeben. Weiß ich nicht. Müsst ihr selbst probieren. Ist auf jeden Fall unter den Bestio Reviews Kopfhörern drunter. Die sind ziemlich fett geraten. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Im Gegensatz zu den RS-Davel. Gucken wir mal. Da ist doch schon ein bisschen was dabei. Allerdings haben die wohl einen riesengroßen Vorteil. Ich meine, die haben auch Bluetooth 5.0. Haben aber eine Touch-Oberfläche. Das heißt, wir haben keinen Knopf mehr. Kein, sondern einfach nur ein Wupp, Wupp, Wupp. Damit kann ich Titel skippen, laut, leise machen, Pause, Anrufe annehmen. Ich kann übrigens mit allen Kopfhörern hier telefonieren. Das ist gar kein Problem. Auch hier ist es wieder möglich, dass ich nur die rechte oder die linke Seite nehme. Dementsprechend kann ich halt die Akkulaufzeit nochmal verdoppeln. Ich muss halt nicht Stereo hören. Ich kann Stereo hören. Kann aber auch nur Mono hören. Kann hier Mono hören. Das bleibt mir halt selbst überlassen. Trotzdem sind die angeblich IPX7 vollständig wasserdicht. Ich probiere sowas nicht aus. Das wäre mir immer zu schade, wenn die jetzt dann doch wirklich kaputt gehen. Dann, wie soll ich das begründen? Ich meine, klar, schicke ich sie vielleicht zurück zu Amazon. Aber wozu so einen Stress machen, wenn ich eh nicht damit schwimmen gehe? So, das ist die Box an sich. Groß und gut, würde ich mal sagen. Klanglich. Ordnet die sich ein bisschen unter die beiden. Das sollte man gar nicht glauben. Aber der große Akku kostet ja irgendwo auch Geld. Das heißt, hier wurde ein bisschen an den Treibern gespart. Hohe und mittlere Töne sind ganz gut. Die Bässe sind jetzt nicht so krass und kräftig. Da sind die beiden, da würde ich fast sagen, wie gesagt, sind die hier vom Bassbereich schon echt der Wahnsinn. Dann kommen die wirklich fast gleich auf mit hin, würde ich mal sagen. Wobei mir die gefallen, weil die halt schön klein sind. Die sehen schon blöd aus, wenn die im Ohr sind. Tja, bei denen hier ist das fast genauso. Weil die jetzt halt etwas dicker sind, stecken die sich natürlich nicht so ganz leicht in die Ohren rein. Beziehungsweise müssen natürlich reingedreht werden, bleiben aber auch ein wenig weiter sichtbar, weil sie nicht so weit verschwinden. Schauen wir mal ganz kurz zu den nächsten. Das sind die aktuellsten, die ich jetzt gerade so habe. Das ist auch die erste Ladebox. Oh, Ladekoffer heißt es an der Stelle. Darf ich nicht vergessen. Mit USB-C ist jetzt gerade erst das Review an der Stelle online gegangen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich schon recht erstaunt drüber. Die sind richtig schmal. Wenn man sich diesen kleinen Koffer so anguckt. Also der ist wirklich schick. Muss man mal sagen. Guck mal, der ist wirklich noch ein bisschen schmaler gehalten. Jetzt muss man sehen, ob man drauf Wert legt. Ansonsten sind die jetzt hier, der linke Bereich und die hier, alle sowieso aus Plastik. Wir haben auch hier wieder hinten eine Taste drauf, die sagt uns die Akkukapazität. Hier sind 620 mA drinnen. Ich verlinke euch übrigens alle nochmal, wer Details nachlesen will, die ich jetzt nicht gesagt habe, weil ich es einfach gerade nicht im Kopf habe. Kann gerne mal nachlesen. Also 620 mA sind da drin. Dann gucken wir mal rein. Die finde ich auch stylisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Die gucken auch nicht ganz so weit raus. Die sind relativ klein gebaut. Haben auch wieder so eine Art Touchfeld hier drauf. Lassen sich natürlich auch voneinander bedienen. Das heißt, entweder nur rechts oder nur links. Und die Akkulaufzeit geht auf jeden Fall klar. Angegeben sind sie jetzt mit bis zu 6 Stunden. Und ich habe es ausprobiert, bin bei 3 Stunden, also sagen wir mal 2 Stunden 45, 2 Stunden 50 Minuten. Immer noch bei einer Restkapazität von 60% gewesen. Kann ich jetzt nicht sagen, ob nur einer von beiden 60% hatte, weil Android Pie, die Software, liest ja nur vom gesamten Kopfhörer aus. Nicht so schön wie bei den Sennheiser Momentum. Cool hieran ist es, wenn ihr kein zweites Ladekabel mitnehmen wollt, braucht ihr bloß, wenn ihr ein USB-C ladefähiges Gerät habt, nur ein Ladegerät. Beziehungsweise kein Ladegerät, sondern ein Kabel. Das ist natürlich viel wichtiger. Ja, mir gefällt die Box auf jeden Fall auch. Der Ton, muss ich ganz ehrlich sagen, hebt sich schon deutlich von denen hier ein bisschen ab, muss ich jetzt sagen. Ja, ich meine, die sind jetzt hier mit 59,99 dabei. Ist jetzt schon der teuerste von den günstigen, wenn man das jetzt mal so sagen möchte. Vollkommen ausreichend finde ich sie auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das Große daran ist halt wirklich, dass es jetzt auf der neuesten Technologie basiert. Ist natürlich alles auch so, wie es sein soll, mit Bluetooth 5.0 aktiviert. Hole ich mir mal ganz kurz Verstärkung ins Bild. Wie gesagt, die habe ich jetzt erst im März erstanden. Wir haben extra Bass. Okay, den kann ich jetzt nicht einstellen. Es steht da bis 35 Stunden oder 36 Stunden soll das Ganze durchhalten. Das Case, wie gesagt, mit 620 mAh ist ziemlich schmal geraten, muss ich sagen. Ist auf jeden Fall kleiner als die anderen, die nicht so viel Akkulaufzeit versprechen. Ansonsten kann man den natürlich individuell mit frei laufen lassen. Und wir brauchen uns keine Sorgen machen. Wie gesagt, wenn wir jetzt zwei Personen sind, kein Kabel dazwischen. Einer ist einen Meter rechts, einer ist einen Meter links. Funktioniert mit den Dingern auf jeden Fall ohne Probleme. Großer Vorteil hieran ist, wie gesagt, durch das Tatschen haben wir keine Schmerzen in den Ohren. Und wir hören auf jeden Fall das Druckgefühl nicht so doll. Das heißt, ich kann hier draufdrücken, tippe hier zweimal, dann geht die Lautstärke runter. Dann tippe hier zweimal, geht die Lautstärke hoch. Tippe dreimal, kommt der Voice Assistant Google oder Apple mäßig, je nachdem, was ihr nutzt. Ansonsten, wie gesagt, sind die jetzt hier magnetisch drinnen gehalten. Die Klappe an der Stelle hier geht auch relativ schwer auf. Das heißt, ihr könnt ja auch schütteln, die fallen. Naja, sie werden gehalten, ihr hört es ja selbst. Die fallen nicht sofort erstmal raus. Auch hier ist wieder IPX5 mit dabei, wobei ich mir sagen muss, dass die mit am besten bei mir im Ohr sitzen. Das ist aber eine Geschmackssache oder eine Anfühlungssache. Also die sitzen schon wirklich sehr gut, aber soundtechnisch sind die Coven auf jeden Fall nochmal viel besser geworden und sitzen auch super drin. Es gibt im Lieferumfang nochmal so eine Silikonhülle mit dabei, wo dann, ich sag mal so, das Antitranspirant euer Ohr ummantelt und dementsprechend nicht so schnell rausrutschen soll. Allerdings ist es blöd, wir müssen diese Silikonhülle jedes Mal abbauen, weil ich die nicht mit reinlegen kann und damit auch nicht aufladen kann. So, als fast letztes jetzt hier in dieser Reihe sind die Sony WF-1000X. Das sind meine ersten True Wireless Kopfhörer gewesen. Die habe ich im Jahr 2018 im Februar von einem guten Kollegen geschenkt bekommen. Die haben auch als einzige Noise Cancelling und natürlich den besten Sound, muss man einfach sagen, es ist halt Sony. Ja, es ist schon krass. Haben die schlechteste Akkulaufzeit. Also wenn die mit Ladecase insgesamt auf 12 Stunden kommen, ist es wirklich sehr viel, muss man leider so sagen. Damals wurde noch auf Micro USB gesetzt. Hier hatten wir nur eine LED, um zu sehen, wie es geladen wird. Das leuchtet dann rot, wenn leer, dann leer. Hast du Pech gehabt. Und das, was ich am Anfang schon gesagt habe, die haben bei mir alle schon bestanden. Selbst die, die habe ich jetzt noch nicht so lange. Die habe ich jetzt den vierten Tag. Ich nehme heute am 23. auf und die habe ich jetzt am 19. gekauft. Da muss ich ganz ehrlich sagen, die habe ich jetzt hier schon insgesamt 5, 6, 7 Stunden schon benutzt in den letzten Tagen. Und immer wieder aufgeladen. Ich bin immer noch bei der Hälfte. So kamen sie auch an, so werden sie immer ausgeliefert. Jetzt wollte ich die als Vergleichstest eben mal anmachen und hören und war ganz erstaunt, denn die sind wieder leer. Bei denen ist es wirklich so, die entladen sich unheimlich schnell selbst. Das heißt, wenn die Kopfhörer drinnen liegen, das hört man öfters mal bei True Wireless Kopfhörern, dann gibt der Akku aus dem Case dem Akku hier im Kopfhörer immer so viel Strom, bis dann irgendwann der Akku im Case leer ist und der irgendwann dann nach drei Wochen auch leer ist. Oder vier Wochen. Sehr ärgerlich. Wir gucken mal. Ich stecke das hier wieder rein. Dann leuchten die hier an der Stelle rot. Das ist alles schön gemacht. Das einzig Gute ist, die haben Noise Cancelling. Das ist wirklich okay, muss man sagen. Die haben dann auch die Telefonfunktion. Die ist nicht okay, weil die klingt zwar ganz gut, aber ich kann nur auf der rechten oder auf der linken Seite, auf jeden Fall auf einer Seite kann ich nur hören. Alle anderen beherrschen Stereo-Telefonie. Witzig. Die können es auf jeden Fall nicht. Tja, dabei, bei dem ist es halt so, das Noise Cancelling kann ich per App-Steuerung nochmal einstellen. Die haben damals über 200 Euro gekostet, jetzt nur noch 120, was auch noch ganz schön teuer ist, muss ich sagen, weil, wie gesagt, die Akkuleistung nicht so toll ist. Es gibt zwar Software-Updates, aber die sind jetzt auch nicht so der Bringer. Ich warte seit einem Jahr jetzt auf ein Update, was die Akkulaufzeit vielleicht beeinflusst. Da kommt nichts mehr. Das Einzige, was kommt, ist der Google-Sprachassistent. Da soll das Update 60 Minuten dauern. Das klemme ich mir an der Stelle. Bleibt es so, wie es ist. Tja, ansonsten muss ich sagen, sind die Sonys gut gewesen. Da kann man nichts gegen sagen. Dann hatte ich ja als letztes oder vor kurzem, im Januar 2019, die Sennheiser Momentum True Wireless. Die kosten 299 Euro. Jetzt aktuell auf Amazon 288 Euro. Wenn das Angebot noch da ist, weiß ich gerade nicht. Die sind natürlich top gewesen, aber der Preis von 299 Euro ist natürlich der Wahnsinn. Da bin ich auch nur durch einen Kollegen dran gekommen. Dass ich die mal ausprobieren konnte. Man sieht hier, die hatten einen wesentlichen Nachteil. Die waren auch App-gesteuert, hatten Transparent Hearing. Das heißt, man kann die Kopfhörer in den Ohren lassen und kann sich mit seinem Gegenüber unterhalten. Das bedeutet Folgendes. Die Kopfhörer nehmen sozusagen über die Mikrofone den Sound der Gespräche und der Umgebung auf und geben die direkt digital ins Trommelfell rein. Ist natürlich eine super Sache, kostet aber Strom. Und wie wir hier gerade so sehen, die Uhrzeit ist ja auch mit bei dem Screenshot dabei. 14.25 Uhr hatte ich 90 und 67 und um 14.09 Uhr waren es 93 und 74. Das heißt, da stimmt was nicht. Die sind immer zur selben Zeit aus dem Case genommen worden und sind auf jeden Fall nach und nach dann immer schlechter geworden. Jetzt zur Zeit halten sie wohl nur noch zweieinhalb Stunden vom Akku her. Laut dem aktuellen Angaben meines Kollegen aus dem März 2019. Ziemlich traurig ist das Ganze. Aber gut, was soll man machen? Dementsprechend werfen wir nochmal einen kurzen Blick drauf. Ich sagte ja 289, also 3% sind sie günstiger geworden. Aber wie gesagt, das ist natürlich ein Traum, was den Sound anbelangt. Wir hatten ABTX bei denen dabei. Das kann hier von denen ja keiner, das ist klar. Die Sony können SBC und AAC, das heißt, da kann man auch besseren Sound rausholen, wenn man natürlich guten Sound auf dem Smartphone hat. Bei Amazon Music kommt immer nur der SBC-Sound. Warum das so ist, weiß ich auch nicht. Tja, komisch. Auch hier die Sennheiser Momentum True Wireless hatten auf jeden Fall gute Sachen dabei. Ich habe sie jetzt, wie gesagt, derzeit nicht mehr da. Hatten auch schon USB-C. Sollten bis zu vier Stunden halten, aber nach zweieinhalb Stunden auf mittlerer Lautstärke ist der Akku jetzt schon dote. Und zweimal extra Ladungen. Also für den Preis schon ziemlich traurig. Tja, dann sind wir soweit eigentlich durch. Das Einzige, worauf ich jetzt noch warte, sind die Galaxy Buds in Weiß. Die kommen, weil ich das Galaxy S10 an der Stelle ja mit einem Kollegen vorbestellt hatte. Die müssten also die nächsten Tage oder Wochen bei mir eintrudeln. Dann werde ich nochmal ein Vergleichsvideo zu den Galaxy Buds machen. Bin ich gespannt, was die können für 149 Euro. Ansonsten habt ihr erstmal so einen Tipp gesehen. Einstiegspreis ab 1999 kann man nichts falsch machen. Und ich werde das Video jetzt auch gleich direkt hochladen und die nächsten Tage freischalten, damit ihr vielleicht noch was von habt. Falls es die noch im Angebot gibt, beziehungsweise hier noch 25% oder 8% drauf sind. Die gibt es ja sowieso nicht mehr. Die kosten weiter 120. Und hier habt ihr eben gesehen, laufen auch noch 8% direkt über Amazon dabei. Das soll es gewesen sein. Ich verlinke euch alles unten in der Videobeschreibung und sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Auf Wiederschauen.